Die Hollywood News des Tages im Gala Ticker 1. Dezember 2021 Cassie Hilton verrät, Paris wird so schnell wie möglich schwanger sein, Paris Hilton, 40, gab am 11. November 2021 ihrem Kater Reum, 40, in Los Angeles bei einer Traumhochzeit das Ja-Wort. Jetzt glaubt ihre Mutter, Cassie Hilton, 62, dass ihre Tochter schon bald Nachwuchs erwarten könnte. Im Interview mit Hollywood Live verrät sie, dass ihre Tochter so schnell wie möglich schwanger werden wird, nachdem sie das Eheversprechen gegeben hat. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten sechs Monate. Ich meine, so schnell es möglich ist, betont die Frau von Hotelerbe Richard Hilton, 66, bevor Paris und Carta heirateten, gab es bereits Gerüchte, dass sie ihr erstes Kind erwarte. Ich bin nicht schwanger, noch nicht. Dementierte sie die Gerüchte, ich warte bis nach der Hochzeit. Mein Kleid wird gerade angefertigt, also möchte ich sicherstellen, dass es wunderschön aussieht und perfekt sitzt, also warte ich definitiv, sagte Paris Hilton vor der Hochzeit, verriet aber auch, ich kann es kaum erwarten, 2022 Kinder zu bekommen. Man darf also gespannt sein, ob es bald süße Neuigkeiten von dem Traumpaar geben wird. Ihre romantischen Flitterwochen scheinen die beiden auf jeden Fall sehr zu genießen, Meadow Walker teilt süße Aufnahme zum 8. Todestag von Paul Walker, bereits acht Jahre ist es her, dass Paul Walker, 40, auf tragische Weise sein Leben verlor. Tochter Meadow war gerade einmal 15 Jahre alt, als ihr Vater am 30. November 2013 bei einem Autounfall tödlich verunglückte. Zu seinem 8. Todestag gedenkt die heute 23-Jährige des Schauspielers mit einer süßen Privataufnahme und widmet ihm rührende Zeilen. Das Foto, das sie via Instagram teilt, zeigt Meadow als Kleinkind in den Armen ihres Vaters liegend. Während sie in die Kamera strahlt, drückt Paul Walker seiner kleinen liebevoll einen Kuss auf die Wange. Ich liebe und vermisse dich unendlich. Schreibt Meadow dazu. Heute und jeden Tag feiere ich dein Leben, deine Liebe. Und dich, mein bester Freund. Neben zahlreichen Fans reagieren auch seine Fast Furious-Kollegin Jordana Bruster, 41, Ludacris, 44, und Vin Diesel, 54, auf diesen rührenden Tribut, hinterlassen Herzen und Emojis betender Hände. Bis zum nächsten Mal.